Ein Rückback-Dienst da, so. Salto. So, jetzt lese ich nicht so recht. Mach platt! Jawoll. So. Meine Fahrskills sind wieder überragend. Ja, jetzt ist mal besser mich fahren lassen. Hab ich doch. Ja. Ja. Stimmt. Siehste? Was machen wir jetzt eigentlich? Na wir die andere Quest, die wir hier noch haben. Okay. Also ich roll mich erstmal in der Gegend rum und dann stelle ich fest, dass ich falsch gefahren bin. Ja. Äh. Wir müssen hier rein. Komm mal hier rein. Durch das Tor? Da ist kein... Da ist kein Tor. So. Das war voll keine Absicht. Ja. Über die Brücke. Ja genau. Genauso. Wenn du mich nicht hättest, ey. Perfekt. Ja, 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 ja. Da hast du recht. Da hast du recht. Da hast du recht. Schütztour. Nicht mehr lang. Wie, was? Schütztour. Oh. Ja, ja. Warum stimmt der nicht? Ja. Doch. Da hast du noch einer. Ja. Ich bin fast tot. Oh mein Gott. Und da kommt ein Großer. Großer? Ist da? Ich glaube ich brauche Hilfe. Oh. Ich glaube du auch. Ja, Moment. Ne, ich hab's gepackt. Ich auch. Gut, jetzt verstecke ich mich. Jetzt hab ich Angst. Gut. Dann mach ich das. Immer bleibt alles in mir, ey. Ja. Du bist halt einfach die krasse Handbrust. Tja. Unser Leben. Fuck. Ähm. Ich brauche einen Gegner oder sowas? Genau. Sowas wie Dichter. Dankeschön. Eine Opti. Achtung, links. Danke. Und jetzt! Das warst du dafür! Das war doch gar nicht so schlimm. Ja, nö. Bis auf das wir beide zweimal gestorben sind. Ich bin überhaupt nicht gestorben. Fast. Ja, nicht mal annäher. Oh, wie komme ich denn die Treppe hoch? Und wer steht hier? Da ist der Schwarze. Der Weihnachtsmann? Ja, man. Next Level. Der burnt einer vor sich hin. Ja, auch Next Level. Auch schön. Das heißt, ich kam in... Wer hat mit Mama geschrien? Mama? Na schreien Mama. Naja. Es tut bestimmt weh, oder? Ja, der ist hier brennend halt so menschliche Fackel mäßig rumgerannt und hat gesagt Mimimimimama! Ja, was würdest du denn sagen? Ich würde sagen... Puh! Wie hat denn die Heizung soweit aufgedreht? Ah. Oh cool, ein Automat. Mit Track. Ja. Ja. Da ist ne Waffenkiste. Da sind Gegner. Ah! 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 Wo ist er? Ich seh den nicht, voller unter Flammen. Haha. Das macht nix. Ich sehe tot. Ah! Was gibt's hier? Das ist eine Erydian-Waffe. Mit recht gut Schaden. Willst du die haben? Eine Erektions-Waffe? Zeig mal. Du hast noch eine Waffen-Klasse frei bei dir, oder? Ja, du doch. Nee, ich hab alles. Ich hab Shotgun, Sniper, Repeater und Raketenwaffe. Zeig mal, wie funsten die? Na? Wo bist du? Na? Willst du kämpfen? Was? Nee, ich will meinen Gegner. Das ist realistischer. Irgendjemand schießt hier aber auch, ne? Ja, ich weiß aber nicht. Oh, na. Oh. Tot. Das dauert ein bisschen, bis die sich aufgeladen hat. Aber danach geht's voll. Oh, das platzt ihm noch der Kopf. Ja, oh krass. Netz, Netz. Warum sind wir hier? Äh. Äh. TaylorCop. Und Claptop. Den haben wir schon mal gekillt. TaylorCop? Ja. Also irgendein Cop haben wir schon mal gekillt. Das geht schon besser. Ja, ja, das war der in seinem Bruder. Ah. Glaub ich. Also irgend sowas familiär ist das so ein Ding. Warum, warum liegt der noch nicht? Hm? Warum liegt der noch nicht? Weil der hier irgendwo ist. Warte mal, sind wir hier? Ja, wir sind hier richtig. Wir müssen irgendwo hier hinter. Ähm. Ähm. Hä? Auf die andere Seite. Äh. Okay. Ah ja, genau. Da geht jetzt hier irgendwo ein Tor auf. Ähm. Ja. Ich seh's. Hier, guck. Ah. Das Tor da. Boah, hier fliegen voll die Dinger rum. Boah, shit. Hier geht's voll ab, man. Ach, du Scheiße. Also der Kopf ist schon mal weg. Wunderbar. Bereite dich jetzt auf das vor, was vor dir liegt. Ich melde mich bald wieder. So. Ja, war kein Dinger, weiß ich, Freund. Perfekt. So. 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 So, Level up. Hier liegt ein Raketenwerfer. Boah. Oh, der kann ja nix. Oh, der kann ja nix. Willst du den nicht haben? Wieso? Weil der 26.000 wert ist. Hm. Ich wollte gerade wieder dagegen halten, dass mein Raketenwerfer 1100 Schaden macht. So, was hab ich noch nie gesehen. So, äh, bisschen Kohle und so ist ja schon nicht schlecht, ne? Oh yeah, ne orange, ne? Da oben, da oben liegt was. Boah, das sieht doch cool aus. Geh mal weg da. Bist du... Ja, ich? Ja, ja, du. Boah, das tut mir aber leid. Ne, warte mal. Bist mir gar nicht im Weg. Ups, ich hab vergessen zu springen. So, was ist das hier? Ein Schild. Ist aber doof. Hast du was anderes erwartet? Ja. Ich hätte mir was anderes gewünscht. Oh oh. Lass mich raten, du hängst fest. Ja, such mich mal. Ja, ich seh dich ja. Wie du siehst mich. Was? Du bist im Haus? Ja. Oh. Ich bin hier irgendwie reingefallen. Und... Und jetzt komm ich nicht mehr raus. Na toll. Und jetzt? Ja, jetzt musst du zu ne Fortstation gehen. Achso, ja, so geht's natürlich auch. Hilfe! Immer diese verpackten Spiele. Oder die Leute, die nach Glitches suchen. Ich bin nur aufs Dach, weil da ein Schild lag, ja? Und jetzt häng ich hier fest. Ähm, du hast wieder... Ich tue mir echt nicht mehr raus, ne? Ja, macht nix. Was hab ich? Wieder hervorragend geparkt, wollte ich sagen. Haha, gell? So, wir müssen mal mit Claptrap sprechen. Oh, man. Oh, man. Ich häng hier fest. Ich häng fest. Ach. So. Bist du in der Nähe von der Teleportstation? Nee. Also, wenn ich etwas nicht bin, dann in der Nähe von der Teleportstation. So. Ich versuch dich von hier aus zu unterstützen, ja? Okay. Da ist ein Felsen im Weg. Verdammt. Wo ist ein Felsen im Weg? Außerdem kann ich nicht aus dem Haus rausschießen. Oh, ich bin so unnötig, ich setz mich jetzt hier hin. Ja, mach das. So. Musst ihr kurz still sein. Ohne Meister bleiben mir zwei Optionen. Ich kann deinem Gelaber lauschen, oder? Ich steck mir eine Elektrone in mein hinteres Relais und fühl mich tot. Ich bin still, niemand trifft mich, weil ich so still bin. Oh yeah. Mach dich bereit. Deine nächste Aufgabe wartet. Sie mag unlösbar scheinen, aber ich weiß, du schaffst es. No, klar, Aldi. Schutzengel. Ich finde ein weiteres Kameraschlüssel-Kammer-Schlüssel-Fragment an der Trash-Coast. Ist das da, wo wir gerade eben schon waren? Ne. Das ist... Da nicht. Wanda-la. Ey, mit der komischen Eridian-Waffe kann man zwei Gegner killen und das war's. Ja, aber dafür macht's ja gut Schaden, oder? Die ist dann bei großen Gegnern halt gut. Oder was? Ja, weiß ich nicht. Muss mal auspuppen. Kam mir noch nie in die Verlegenheit, das zu testen. So. Ähm. Ich bin hier im Gefängnis, Mann. Was bist du? Borderlands-Gefängnis. Dann holge mal, Mann. Gefängnis. Gefängnis raus. Jetzt übertreib mal nicht, ja? Ich komme hier nicht mehr raus. Los, wir machen mal wieder raus. Ach. Oder? Dann bin ich jetzt still. Ja. Für... ...ungefähr zwei Minuten. Jippee. Das waren keine zwei Minuten. Ach. Doch, klar. Hier würde ich sagen, geben wir Quests ab. Und machen die nächste. Also hier haben wir ja noch eine. Die haben wir das letztes Mal gar nicht gemacht. Also vorher. Ja. Gut. Ja, genau. So, hier Schneckchen. Äh, okay. Oh, 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 oh. So, wo ist es? Halt. Wir müssen zu Crazy Earl. Ich mag meine Granaten. Halte das mal bitte im Hinterkopf. Zu wem? Crazy Earl. Was müssen wir mit dem machen? Fisten. Aha. Du wolltest fisten. Es tut mir leid. Oh, hier ist wieder der Automat angezeigt, aber ich kann ihn nicht verwenden. Achso, Erics Wertsagen haben wir immer noch nicht gefunden. Die Quest heißt Müll für die Gerechtigkeit. Ja. Auch interessant.